So, heute für euch im Test das Starfire mit 70 Schuss von Veko Feuerwerk hier mit altem Warenzeichen und dem Sachsen Feuerwerk Logo. Hier sieht man auch den Inhalt und zwar handelt es sich hierbei um eine römische Lichterbatterie, sozusagen das erste Batteriefeuerwerk, das es überhaupt gab. Enthalten war diese römische Lichterbatterie in dem Tiffany Star Show Sortiment von Veko Feuerwerk. Eine absolute Top-Rarität findet man heutzutage kaum mehr in irgendwelchen Online-Shops und wenn dann recht teuer bzw. total überteuert. Trotzdem werde ich die Artikel natürlich für euch zünden. Heute, wie gesagt, das Starfire Röhli. Ich freue mich extrem auf die Zündung und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.